Ich bin Christian Schirmer, Parallel-Apoet, Diplom-Psychologe, Coach und vieles mehr. Und dieses ist mein Videoblog. Schickt mir auch gerne mal, wenn ich mich zu irgendwas anderem äußern soll oder reacten soll auf irgendwas, schickt mir das an support.liebesche.de oder schreibt mir das auf Instagram oder YouTube in den Kommentaren hier drunter. Heute meiner Ansicht nach ein ganz wichtiges Video, weil meiner Ansicht nach viel wichtiger als diese ganzen Warum schnarcht der Narzisst so viel? Warum lacht der Narzisst so dreckig? Also das, was wir heute beschränken, ist, glaube ich, viel wichtiger, weil das ein super Beispiel ist für jemand, der sich so rausarbeitet aus toxischen Beziehungen und eigentlich immer dieses Ziel hatte, sichere Beziehungen und dann kommt man scheinbar in eine sichere Beziehung und dann versteht man auf einmal, warum man das vorher noch nicht hatte, wo das Problem eigentlich liegt in einem selber auch. Und das finde ich einfach so dreckswichtig. Also kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig, glaube ich, das Thema ist, was wir heute besprechen. Was man auch passive Bindungsangst nennen könnte oder Dramasucht. Und dazu auch passend, jetzt wirklich zum letzten Tag heute, was haben wir noch so viele nachgebucht, habe ich jetzt den immer noch mal zum Frühbuchpreis gelassen und den Dramakurs. Passt auch super zur E-Mail heute, zieht ihn euch rein. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch problemlos einsteigen in All-Time-Klassiker, schon tausend Menschen gemacht, Selbstdiewer-Challenge. Und auch der Mani-Manifestationskurs, also ganz andere Geschichte, sehr hochspannend. Was habe ich irgendwas im Auge? Aber ihr wisst ja, ich bin kein großer Freund vom Videoschneiden. So, du kannst auch solche Fragen stellen bei Formular auf libysche.de. Eine Nachricht von Karinitschkila. Genau, lieber Christian, ich möchte dir Danke sagen für so viele gute Videos und insbesondere deine Kurse. Verlustangst, das ist übrigens, glaube ich, der erfolgreichste Kurs dieses Jahr. Selbstliebe-Challenge. Und Manifestations-Challenge. Genau, zwei davon gehen gerade los. Verlustangst-Kurs, also die meisten Kurse könnt ihr ja immer buchen bei mir. Immer wieder eine Freude. Nun zu mir, ich war jetzt ziemlich lange Single, über drei Jahre, weil ich nach einer toxischen Beziehung erst einmal Wunden lecken musste. Außerdem war das Ganze auch definitiv eine Art Vermeidungsverhalten, weil Beziehungen im Allgemeinen ziemlich viel bei mir triggern. Nun habe ich, ich bin eine Frau, aber doch zufällig jemanden kennengelernt im echten Leben. Ebenfalls eine Frau, wir sind homosexuell. Das Kennenlernen verlief in den ersten Wochen wie von selbst und alles hat sich ganz automatisch ergeben. Konsistenz, Progression, Intimität, Exklusivität. Ja, habe ich auch mal Videos drüber gemacht, ne? Diese wichtigen Faktoren, das sind ganz wichtige Faktoren, um so einen Dating-Verlauf zu beurteilen. Genau, sehr gut. Ich merke, du hast schon viel konsumiert von mir, hast du nur von Anfang an mit offenen Karten gespielt und es gab keine Spielchen, Red Flags oder dergleichen. Jetzt könnte man ja denken, ich meine, ich weiß immer schon, was kommt, wenn ich das lese. Können wir ja denken, so alles super, das hat man sich doch immer gewünscht, ne? Aber wie sagtest du schon, Batzlawick, es gibt zwei Dramen im Leben, das nicht zu bekommen, was man sich wünscht und das zu bekommen, was man sich wünscht, das ist auf so eine schräge Art wirklich, ist da viel dran. So, nun mache ich eine seltsame Erfahrung. Man muss dazu sagen, ich bin ein Pluspol der Extraklasse, habe einige Bindungsthemen aus der Vergangenheit, aber habe aber einige Therapieerfragen, mich mittlerweile in der Lage, mein Verhalten gut zu steuern und insbesondere das klammernde und stark fordernde Verhalten zu unterlassen, da es ja auch nicht beziehungsförderlich ist und nur blöd und in Abhängen erzeugt. Jetzt habe ich ein neues Problem. Also erstmal, ich sehe genau, welche Arbeit du gemacht hast und welchen Weg du erfolgreich gegangen bist und erstmal, ja, meinen Glückwunsch dazu, weil ich sehe, wo du jetzt stehst und das ist schon mal ein dickes Stück Arbeit, was du da geleistet hast, ne? Und jetzt kommt sozusagen die zweite Hälfte und die ist leider nicht leichter, auch wenn sie viel weniger dramatisch ist. Das ist echt, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt habe ich ein neues Problem, was mir aber, glaube ich, sehr gut zeigt, wo ich als nächstes dran arbeiten darf in Beziehungen. Und zwar muss man sich das Ganze so vorstellen. Besagte Frau und ich bezeichnen uns mittlerweile als feste Beziehungen exklusiv und so weiter. Das Ganze läuft seit drei Monaten. Das ist jetzt die erste Hürde, mögliche Hürde. Ich rede ja immer von der 100- und der 200-Tage-Grenze. 200 Tage ist häufig noch ein bisschen mehr Hürde. Aber gut. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde, aber es gibt kein Drama und das ist das Problem. Ja, ich verstehe das hundertprozentig. Also, ich kann das total nachvollziehen. Wie soll ich das nur mitschreiben? Das nicht vorhandene Drama rund um Lovebombing und Co. fehlt mir auf eine seltsame Art und ich spüre aktuell sehr deutlich, wie süchtig ich geradezu nach Drama, Dopamin, Aufmerksamkeit und einer Form von 24-7-Zuneigungsbekundung bin. Am liebsten hätte ich rund um die Uhr Liebesbekundungen, Romance, Drama und alles, was dazu gehört. Es ist zum Verrücktwerden. Meine Partnerin verhält sich dabei sehr erwachsen, höflich, freundlich, gesprächsoffen, vertrauenswürdig und lässt mir sogar freiräumen, ohne ständig nachzuhaken. Mit wem ich denn jetzt wo bin? Das kenne ich leider aus vergangenen Beziehungen und fand es auch nicht schön. Ich stelle nur noch mal fest, dass dieses Modell von Drama-Beziehungen anscheinend das Einzige ist, was ich kenne und vor allem unbewusst für richtig und schön erachte. Das ist genau der Punkt. Drama ist bei mir gleich Liebe, kein Drama, gleich keine Liebe, Fragezeichen. Ich bin verwirrt. Heißt das beispielsweise, dass wenn ich nicht jede halbe Stunde Herzchenachrichten und Liebeschwörer erhalte, fühle ich mich nicht genügend geliebt? Also, das scheint mir so, ich kann das natürlich immer schwer zu sagen aus der Ferne, aber das, was seine Freundin demonstriert, das ist bis hierhin, man kann das immer nur bis hierhin beurteilen, das ist sicheres Beziehungsverhalten. Das ist, viele denken so, dass dieses sich viel schreiben und so sicheres Beziehungsverhalten ist, aber das ist meiner Ansicht nach, das ist sicheres Beziehungsverhalten, ist ein Ticken kühler und neutraler, als man das so denkt und so sieht das aus. Das ist eben nicht dieses Drama, es ist Verlässlichkeit, es ist keine Spielchen, es ist so eine erwachsene Liebe, wo man Zeit verbringt, wo man sich Freiräume lässt und Sachen bespricht. Und, aber das ist eben nicht dieses toxische Beziehungen, die toxische Beziehungen leben ja immer in so einem Fantasieraum. Ich hoffe, dass es inzwischen klar geworden ist, vielen von euch, die mir hier länger folgen, das löst so einen Hype aus und das ist halt wie so, wenn man Drogen nimmt so ein bisschen ein Stück weit und ich würde mittlerweile sogar sagen, dass ich glaube, unsere Liebes-Andock-Stellen im Gehirn sozusagen für Limerence, wie man das manchmal nennt und all das schaffen wahrscheinlich erst diese Drogen-Anknüpfungsstellen so, weil die Natur halt wollte, ja, dass wir uns doll, dolle verlieben, scheinbar hat, ja offensichtlich bringt das evolutionäre Vorteile, aber wir jetzt heutzutage müssen wir halt auch mit diesen Nachteilen da zurechtkommen. Bevor wir hier weitermachen, nur mal kurz, kleiner Aufruf, drückt mal auf den Abo-Knopf, es gucken immer noch so ungefähr 50% meiner Zuschauer und Zuschauerinnen ohne. Abo stört natürlich oft nicht wirklich, aber hilft dem Kanal deutlich weiter, auch wenn du das Video hier likest und einen kleinen Kommentar da lässt oder auch eine Kanalmitgliedschaft, für die vorhandene Kanalmitgliedschaften bedanke ich mich sehr, es war nur atmig zur Unterstützung, natürlich auch diese YouTube-Likes und so weiter oder auch auf, kannst du mir auch folgen auf Instagram, Twitter oder TikTok, der letzteren bleiben nicht, aber vor allem bei TikTok bin ich, ja Twitter auch, bin ich jetzt nicht so aktiv oder vielleicht sehen wir uns auch morgen, sag ich später noch was zu, auf Twitch. So, dann machen wir weiter. Mir ist klar, wie bescheuert das ist, nee, das ist ein ganz reales Problem, aber das ist eben das, was ich aktuell beobachte. Ich dachte immer, dass wenn ich mich in einer Beziehung ohne Drama und Spielchen wohl und endlich angekommen fühlen würde, aber das Gegenteil ist aktuell der Fall. Mir ist klar, dass das an meinem Bindungsstil liegt, aber das ist auch wirklich sehr frustrierend. Ja, das ist dann dieses ganz neue Feld, was sich auftut, wenn man es endlich mal schafft, einen anderen Partner anzuziehen, was wie gesagt schon eine hervorragende Leistung ist. So, jetzt gibt es, also das Thema ist viel, erstmal in meinen Bindungsangstkursen drin, vier, sechs und neun. Wie unterscheiden die sich? Ich könnte ja mal in der Kursbeschreibung reingucken, aber vor allen Dingen könnte ich mir für dich jetzt halt diesen Dreimakurs vorstellen, was auch in die Richtung geht, ist dieser Liebeschip-Pro-Kurs übrigens, für Leute, die schon ein bisschen weiter sind. Aber gut, ich will jetzt nicht wieder so lange über die Kurse reden, könnt ihr ja gerne reingucken. Und was jetzt halt dran ist, ist einmal zu erkennen, ja, ist das so? Also hattest du vielleicht schon in der Kindheit extrem viel Drama, dann weißt du einfach, dass dein Gehirn drauf gepolt ist, so, ne? Dann muss man gucken, ist der Partner vielleicht zu needy? Das scheint mir aber hier überhaupt nicht der Fall zu sein, so, ne? Dann ist super wichtig, wenn man außerhalb seines Beuteschirmas datet, was du ja hier tust, dass man einen Partner sucht, den man sehr attraktiv findet, weil sonst kickt die Bindungsangst komplett rein, schreibst du aber auch hier nichts weiter zu, dass das irgendwie nicht der Fall wäre, so, ne? Weil, wenn man einen Partner so nicht optisch attraktiv findet und der ein anderes Bindung, also ein sicheres Bindungsmustart, wenn man das nicht kennt, kickt einen das komplett raus, irgendwie so. Insofern, wenn das jetzt alles, das kannst du ja für dich nochmal prüfen, nicht der Fall sein soll-TT, dann geht's wirklich darum, das auszuhalten und nicht, wie wir ja auch im Dramakurs thematisieren, jetzt hier, nicht selber anfangen, Drama zu erzeugen, was natürlich, damit man selber ein bisschen toxisch so, und wirklich dem Gehirn Zeit zu geben, das ist wie bei Diäten, wenn man so will, dem Gehirn Zeit zu geben, sich dran zu gewöhnen, an das Ruhige, und das dauert, das dauert Monate, das, ich würde sogar sagen, also, ich glaube schon, dass das Jahre dauern kann, also, ich meine, ich habe ja auch so ein extremes Beziehungsdrama-Gehirn, also, ich muss mich da, bis heute habe ich das Gefühl, ich muss mich da dran gewöhnen, so, ne? Das ist, ey, das ist richtig, das ist auch eine Art von Arbeit, so, ne? Und nur, das ist so eine Arbeit, wo man eigentlich, wo die Zeit einem auch reinspielt und wo jetzt unter Umständen gar nicht viel zu tun ist, außer, dass man darauf achtet, dass man keinen Scheißerbau hat, irgendwie so, ne? Und natürlich steht es dir wie jedem Menschen frei, wieder zurückzugehen. Man kann natürlich auch sagen, ich kann es einfach nicht, ich meine, das ist auch legitim, ich kann es einfach nicht, nur, man muss total vorsichtig sein, in der Rückschau denkt man immer, ach, das war alles so spannend und lustig und vergisst dann aber, wie sehr fucking man gelitten hat. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht vorstellt, eine sichere Beziehung verlässt, was man wahrscheinlich echt zurecht bereut irgendwann. Und dann holst du wieder dieses Drama rein und natürlich bekommst du dann wieder deine Kicks, aber dann stellst du vielleicht fest, wie kurz die Kicks sind und wie lang das Drama ist, ne? Und das ist es halt, und da muss man wirklich eine weise Entscheidung treffen, ne? Ansonsten gibt, also du kannst das auch gerne besprechen mit deiner Frau, wo für dich Schwierigkeiten sind. Sie muss da ja nicht viel machen. Du kannst dich auch bitten, dass sie dir ein bisschen mehr schreibt, nur ich glaube, selbst wenn sie mehr schreiben würde, würde, glaube ich, nicht dieses Drama kreieren, weil Drama kreiert sich eigentlich immer über Hot and Cold und das sehe ich hier gar nicht. Und selbst wenn sie die mehr schreiben würde, wäre immer noch kein Hot and Cold, vermute ich mal. Drama ist immer, also Dopamin ist ja das Hormon, der Neurotransmitter, des Haben-Wollens, so, ne? Haben-Wollens. Und wenn du etwas schon hast, kannst du es nicht haben wollen, ne? Deswegen habt ihr auch schon mal ein Video drüber gemacht, das war, glaube ich, mein 40.000-Kanal-Video. Guckt das auch euch gerne mal dazu an. Wo ich gesagt habe, äh, ja, wichtigste Erkenntnis rund um toxische Beziehungen, äh, in der letzten Zeit. Also, das ist, könnt ihr euch auch nochmal angucken, äh, da hat den thematisiert sich das auch nochmal. Du kannst, äh, nicht einen Neurotransmitter ausschütten lassen, das haben wolltest, wenn du etwas schon hast, so, ne? Deswegen, selbst wenn sie dir viel schreiben würde, hättest du sie immer, du hättest sie immer schon noch, schon, und müsstest du sie nicht haben wollen, so, ne? Deswegen entstehen diese, diese krasse Dopamin-Situation im Gehirn, die entsteht halt so, immer wenn ich, ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht. Der andere ist Bindungsängstig, ich hab's nur, und ich will jetzt noch hin, ich muss es haben, und, und das heißt, wenn ihr euch entscheidet für ein Leben im Dopamin-Rausch, ich mein, das muss letztlich jeder für sich selber wissen, äh, abgesehen davon, dass man diese Rezeptoren ja auch so ein bisschen ausballert da oben, ähm, bedeutet das ein Leben des Nicht-Habens, sondern immer nur Hinterherlaufens, das muss einem klar sein. Das ist die große Entscheidung, die wir alle treffen dürfen, vielleicht ist es auch eine Entscheidung zwischen 3D-Liebe und 5D-Liebe, wie ich ja in meinem letzten Buch neue Dimensionen der Liebe, äh, ausgeführt hab, aber ich, ich bin nicht, äh, ich bin nicht Gott, ich lass mich auch nicht tätowieren, ich bin Gott, wie, wisst schon wer, ähm, und, ähm, wobei ich schon verstehe, wie er das meint, also, aber egal, äh, es ist, hier, das muss die, das ist dein Leben, ne? Das ist leider, wird uns immer mehr, also, was ich schon glaube, spirituell wird uns immer mehr die Freiheit gegeben, ähm, die wir schon eigentlich schon immer hatten, aber wir, wir kriegen sie trotzdem immer mehr und das ist manchmal auch eine Last, ne, zu entscheiden, was will ich denn nun, so, ne, und ja, aber halt uns doch mal auf, äh, auf dem Laufenden, schreib mir uns doch gerne mal nach der 200-Tage-Grenze, würde mich sehr freuen, wenn, wenn du was machst, dann beziehe dich nochmal auf diese Mail und, äh, achso, jetzt noch nicht ganz, äh, zu Ende, so, ähm, so, um es war es dann beim Bindungsstudio, in einer Drama-Beziehung trägert mich das Drama, in einer normalen Beziehung trägert mich das nicht für eine Drama, ich denke mal, das ist ein klassischer Fall, das eigene Bindungsproblem ist ja nicht plötzlich weg, nur wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man ja keine Spielchen mehr spielt, es wird halt auf eine andere Weise getriggert, kann es denn sein, dass man so mühensüchtig ist, dass man nicht in der Lage ist, eine normale Beziehung zu genießen, ja, absolut, mhm, gut, äh, also soweit, äh, vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr mal, aber das ist eine ganz andere Geschichte, ähm, da waren letztes Mal nur ein paar, ganz paar Leute und das war aber, das war genau das, was ich mir so davon erhofft hatte, ich bin jetzt wieder auf Twitch, montags um 20 Uhr, aber ich, äh, äh, spiele einfach für mich Harry Potter und nebenbei quatschen wir, letztes Mal haben wir über außerirdisches Leben und, ähm, künstliche Intelligenz gequatscht, da war ich immer dabei, dass ich damit gut aus, äh, kannte mit der Forschung dazu, also, ähm, und, äh, beantworte aber auch gerne, oder haben wir letztes Mal auch gemacht, äh, Datingfragen nebenbei und ist also klassisches Let's Play mit ein bisschen quatschen, äh, twitch.tv schräg, schräg, liebe Chip und wer das noch nicht kennt, ist so ähnlich wie YouTube, also, nichts Schwieriges. Äh, letzte, ähm, Sache, ähm, ich hatte so einen Post gemacht, dass ich auch, äh, Bitcoin-Zahlungen akzeptiere, dass jemand sagt, das ist doch bestimmt ein Scam und ein Kanal wurde gehackt, nein, es ist so, ich interessiere mich da super für, äh, äh, es ist auch gerade, äh, es gibt gerade immer mehr, dass das, ähm, verfolgt ihr sicherlich einen Brustteil nicht, aber dass es jetzt auch so Bitcoin-ETFs geben wird und dass eben immer mehr institutionelle Anleger drauf aufspringen, ich glaube, das wird immer mehr kommen und echt, weil ja, ist ja auch scheißegal, ihr könnt weiter mit Paypal und was weiß ich was zahlen, ich habe ja viele, äh, aber viele Leute, ich, ich, ich mag irgendwie, irgendwie, ich bin da ein bisschen ein Nerd und, ja, ihr könnt meine Kurse mit Bitcoin, Litecoin, äh, Ethereum und auch, äh, kennen, wer sich darin auskennt, weiß, was es ist, USDC und USDT bezahlen und es funktioniert genauso wie Paypal und alles und ich finde, ich finde es super cool und freue mich immer, wenn es mal jemand macht, passiert relativ, äh, selten, aber ich weiß, dass es zum Beispiel einen gibt, ähm, hier, der alle, alle Kurse über Bitcoin gekauft hat, ich finde das lustig und, nein, das ist kein Scam, das ist tatsächlich brutale Realität, war echt eine spannende Sache, vielleicht, wenn ich da mal Videos machen wollen, äh, sagt mir gerne mal Bescheid und ich, wie gesagt, für mich geht es jetzt hier nur um Bitcoin als, äh, zahlweise oder modernes Geld, wenn man so will, in diesem Sinne, ähm, ja, ansonsten, bleibt mal an Bord, würde ich sagen, sage ich ja auch selten hier in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020